Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare 2019. Ich begrüße dich auf meinem Kanal. Ob Glück oder Können, win ist win. Mal gucken, ob es klappt. Ob ich meinen Titel, meinen Kanalnamen ehren kann. Hier sehen wir gleich. Oh Gott, wach hab ich jetzt... Oh, das habe ich mir nicht gehört. Hä? Hab ich jetzt... Nein. Okay. Ja, von hinten. Ist ja nicht so, dass wir die Feinde von vorne haben, dass überall meine Leute nicht sind. Nein, von hinten. Verbündete Vorräte unterwegs. Ich muss wissen, dass... Yes, ich warte ja, ich will... Hm. Das fängt ja gut an. Ähm. Ja. Wenn das so gut läuft, die Kinder, dann geht man wieder ins Bett. Freundliche Vorräte nähern sich. Ich schlage nach. Ich hang doch... Eigentlich war ich drüber. Aber nein. Ich hang an der Mauer. Besser kann ich den Vorsprung. Weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Ja. Ernsthaft? Wir liegen vorne. Oh. Mein. Gott. Ich würde mich jetzt auf der Karte so gut auskennen. würde. Drei Stück! Den wollte ich nicht verarschen, die werden ja immer mehr! Verdammte Camper ey! Ja es waren also 2 Gegner, dann sind es 3 Gegner und hey, ich schäbe dich im Scheißdreck, dass es eine Arsch-Tour ist. Ich schalte alles auf, was ich in der Nähe habe. Alles was elektronisches. Geht eh. Ich glaub wir haben noch einen kleinen Plätzchen gebrochen. Ich weiß nicht so. Ja! Ernsthaft? Ja, hab ich gezuckt! Hab ich mich gerade erschreckt! Feind am Restaurant! Wir haben es fast geschafft! Wir kippen weiter! Wir machen uns nicht am Aufenthalt! Wir machen uns gar nicht! Wahah, her tienes leid, ob ihr einem Buchen steht, Alter komm nicht klar! Wir hab ich d忙, die haben sich mit 89 100%ig da verschanzt! Und wir sind natürlich auch völlig falsch am Seite der Karte gespawnt, weil wir uns ja zurückdrücken haben. Verbündete Marschflugkörper gestartet. Das ist mir jetzt Arsch. Jaaa! Am Arsch, ey! Das finde ich zwar nicht aufgeregt, aber was war das? Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Konterdrohnen aktiv. Mann, ich habe keine Sniper, Mann. Verbündete Vorräte unterwegs. Der in der Hand? Nein, nicht mehr der Winchester, nicht mehr der Winchester. Entschuldigung, Karabiner, was gibt's aus dem Winchester? Winchester ist ein Karabiner? Ah, ich weiß nicht. Jetzt haben sie wieder die andere Seite und die wissen genau auf jeder Seite der Karte, wo können die snipen. Wo haben die Sniper-Positionen? Wie ist das Krankrad? Freischer Marschflugkörper im Anflug. Nein, kein Gelände. Kontakt! Achtung! Nein! 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 Die Sniper-Positionen im Anflug. Nein! 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 Ja, ich weiß nicht, wo er drüge ist. Ja! Nein! Ich schwöre, ich hab die Kratze gesehen, ich konnte so sauber spielen. Oh, natürlich Ahane, ich will nicht mal rechtfertigen, also ich will mich jetzt auch nicht rechtfertigen, aber wie kann man so dominant sein, ohne es in echt zu sein? Verbündete Drohne ist in der Luft, Radarsuche für die Stadt. Weniger als eine Minute, wir haben es fast geschafft, bringen wir den Sieg nach Hause. Was? Alter, warum schuld? Ey, das sind Camper, Mann! Wie kann man sich denn nicht... Das ist doch niemals im Leben eine Einerquote, niemals. Und, diese Minus? Ehrlich, ey, das war ja ein Camperteam, Mann! Sie kennen ja auch jede Seite auf der Karte, kennen die Punkte zum Campen! Boah, 18-10... Alter, das ist ja... Ja, ja, wir können es durch... Ha, 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 ha! Oh, die haben wir hier! Schick, 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 schick! Verdammt nochmal! Neue Runde, neues Glück! Ja... Verdammt! 58er MS Ping! Joooooo! Ha, ha, ha! BL Polen? No way! Warum werft ihr mich denn hier rein? Jetzt mal ohne Scheiß! Ey, Ausrede habe ich jetzt keine! Das liegt nicht an mir! Das liegt am Ping! Hehehe! Das ist doch, glaube ich, die Ausrede, die jeder gerne nimmt! Und die meistgenommene Ausrede bei COD-Gamern... Das war ich nicht! Das war der Ping! Okay, vielleicht beides! Ein bisschen von jedem! Ein bisschen von jedem! Jo! Ja, hoffen wir mal jetzt auf eine gute Jagd! Drückt mir die Daumen! Drückt mir die Daumen! Ah! Jetzt! Geht doch! Ich muss Bayern! Okay! Angehalten! Oh je, England! Na gut! Kriegen wir auch hin! Also nicht, oh je England Hilfe England, sondern, oh je die Karte! Ich mag die Karte, die Englander senden, aber... Habe ich denn hier zu ganzen Plätze frei? Ja! 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 ee! Ich bin gerade total... Ja! Hallo... Also... Ha! Ha! Habe ich aussehen? Nein! Gar keine einzige! Gibt ich die irgendwie mit dem Ping? Ne! Höh mich nicht! Schade! Ich so uma uses... Was? Weitliche Drohne über uns. Wir liegen in Führung. Hä? What the? blieb was war das? äh, ja, durchschuhe genau komm schon alt, seid's ohne Scheiß boah, da sind... hm Liedertorn, das ist Scheiß Lauf doch nicht weg, ich seh dich so, der macht mich jetzt platt Eine miese Camper-Taktik Scheint am Gerüst weiter den Bussen ey, jetzt ohne Scheiß die anvisiert habe komm wieder ey, was gibt's noch mit? die 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 werden gerespawnt oder was? und ein Sniper. Ey. Ist denn heute der Welt-Sniper-Tag? Jetzt mal ohne Scheiß. Letzte Karte haben sich versteckt und gekämmt. Hier ist indirekt das Gleiche. Ja, einer weniger, Alter. Die machen uns platt. Die machen uns nie da. Die dominieren uns, verdammt. Weiter. Gerade nach. Feind an den Luft. Feind auf den Hof. Hä? Ja, alles klar. Boah, das war Glück. Das war Glück für mich, ey. Oh nein, 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 nein. Ja! Nee, macht jetzt Spaß. Oh, DMR oder so was. Oder ein Sniper. Mein Gott. Nimm doch nicht die Karten an. Ja, das macht keinen Spaß. Ich hasse Camper. Ich hasse Leute, die immer mit Sniper aus DMR aus großen Distanz Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich verstehe es aber auch nicht. Du, hey, hey, hey. Ich hätte sogar noch früher schießen können. Nein. Es ist nicht weiter, Alter. Das ist nicht normal. Jammer ich. Ja. Zu Recht. Ja. Wo denn? Alter. Oh. Oh. Feindliche Drohne über uns. Hey, Alter. Jetzt mal ohne Sch... Mh. Das sind keine 300 Meter. Das kriegst du mit einer scheiß MP in. Oh nein, nein. Der Sniper ist schneller. Wie ist der schneller? Was zur Hölle sagt, dass der schneller wäre? Ey, Alter. Wo bin ich hier reingekommen? Jetzt mal... Mh. Ja, ich bin halt so schlecht. Ich bin immer so schlecht. Also, wenn ich mal einen guten Lauf habe, hab ich jemand für mich spielen lassen. Klar. Ich akriere das gerade nicht, Alter. Dann haben die alle nur ein bisschen zu schießen. Ich bin schneller als ich. Feind bei der Hauptschlaste. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Ich kapitier es nicht. Wo zu Hölle auf der Karte sind? Wo zu Hölle? Ich schwör, da sind scheiß Fuß... Es waren zwei! Wieso hängen die immer mit mehr als einer Person ins Lopperschiss? Mensch, ich hab mich so lieb. Das ist halt immer zu und... Na ja. Wie schlimm, wenn man sich so viel kunden hat und nur noch zusammen die... ...Ich bin sicher. Das war die Granate! Verbündeter Clusterschlag nähert sich! Wir zerschmettern sie! Weiter so! Feindliche Vorräte nähern sich! Wie noch? Was? Wie von hinten? Ach komm schon! Krieg ich mal 1-2 Kills in Folge? Wie? Alter! Okay, sag ich mit Danke fürs Zusehen! Das war extra ordinär! Auf Wiedersehen! Schönen Tag dort! Obwohl, nein! Warte, warte! Ich will meine beste Leistung sehen! Okay nein! Schaut auf meinen Kanal vorbei! Auf Glück oder keinen Windeswinn! Lasst für 9 zu 11 bitte ein Abo da! Und auf Wiedersehen! Ich bin raus! Tschüss!